Hallo liebe Dinosaurierfreunde, ich bin der Patrick und das ist Dinosaurs Toys & Merchandise, der Nerdkanal rund ums Thema Jurassic World und Dinosaurier. Und heute in diesem Video wollen wir uns den brandneuen Trailer zu Jurassic World Neue Abenteuer zur dritten Staffel anschauen. Ich habe mir den Trailer angeschaut und möchte ihn jetzt gemeinsam mit euch besprechen. Den Link zu diesem Trailer findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und wenn ihr genauso ein Dinosaurier-Nerd seid, wie ich es bin, dann lasst doch gerne ein Abo da. Jetzt geht's aber los, schauen wir uns den Trailer gemeinsam an. Der Trailer beginnt mit einer Szene, die einen Lichtblick für unsere Kids darstellt, denn sie haben mit gemeinsamen Kräften ein Floß gebaut. Sie haben dabei wirklich gute Materialien verwendet, wie gut schwimmenden Bambus oder leere Kanister, mit dem die Überfahrt zum Festland durchaus gelingen könnte. Bei strahlendem Sonnenschein und mit viel Zuversicht brechen die Kids auf und Darius verabschiedet sich mit den Worten Lebewohl, Jurassic World, in der Hoffnung, endlich nach Hause zu kommen. Doch leider haben die Kids ihre Rechnung nicht mit dem starken Wellengang um die Insel herum gemacht. Es rast eine riesige Welle auf sie zu und der Schatten zeigt uns, dass dieser Fluchtversuch offensichtlich zum Scheitern verurteilt ist. Aus meiner Sicht war das durchaus vorhersehbar, denn sonst würde ja die Serie ein frühzeitiges Ende nehmen. In der nächsten Szene sehen wir eine Gruppe Brachiosaurier, die bei bewölktem Himmel durch den Dschungel von Isla Nubla streifen. Eine Szene, die uns ruhige und romantische Atmosphäre vermittelt, doch der Schein trügt. Denn wie ich es bereits in dem Video zum ersten Teaser gesagt habe, bin ich der Meinung, dass dies ein Anzeichen dafür ist, dass diese Staffel um einiges düsterer wird als bisher. Nach ihrem gescheiterten Fluchtversuch sind die Kids zurück in ihrem Camp und besprechen weitere Möglichkeiten, von der Insel runterzukommen. Und wie man erkennen kann, haben sie die meisten Möglichkeiten bereits versucht. Und hier ist es Darius, der der Gruppe Hoffnung verleiht, denn wie er sagt, gibt es für jedes Problem eine Lösung. Aber wie kommen sie nun letztendlich von der Insel herunter? Der Blick auf die Tafel wirkt aussichtslos. Aber wie Ian Malcolm zu sagen pflegte, das Leben findet einen Weg und so bin ich zuversichtlich, dass sich eine Möglichkeit ergeben wird, mit der auch wir als Zuschauer nicht rechnen werden. In der nächsten Szene sehen wir die Kids in einem Aufzugsschacht. Eine Szene, die mich sofort an Jurassic Park The Lost World erinnert. Und wäre das nicht schon genug Nostalgie, krabbeln Sammy, Ben und Jasmina durch einen Lüftungsschacht. Auch die Szene haben wir bereits in Jurassic Park gesehen, als Grant, Settler und die beiden Kids vor den Raptoren aus dem Besucherzentrum fliehen. Und genau dieses Besucherzentrum ist es, welches Ben, Jasmina und Kenji in der nächsten Szene betreten. Das zeigt uns, dass sie wirklich jeden Winkel der Insel in der Hoffnung auf eine Lösung für ihr Problem durchsuchen. Und als eingefleischter Fan freue ich mich natürlich umso mehr, dass hier auch auf die alten Filme des Franchises eingegangen wird, eine wahre Hommage an Jurassic Park. Auf ihrer Suche treffen Ben, Jasmina und Sammy auf einen neuen Dinosaurier im Jurassic World Universum, den Monolophosaurus. Dass dieser in der neuen Staffel vorkommt, wurde bereits durch die neuen Mattel-Figuren geleakt, da Kenji mit einem Monolophosaurus als Spielseld daherkommt. Wo sich die Kids allerdings genau befinden, darüber lässt sich nur spekulieren. Der Ausstattung des Flures zufolge müsste es eine Unterkunft oder ein Hotel sein. Was denkt ihr? In der nächsten Szene betreten Brooklyn und Sammy das Tunnelsystem. Und auch diese Kameraeinstellung erinnert wiederum an Jurassic Park, wo Dr. Ali Settler den Bunker betritt. Im Tunnelsystem treffen die beiden auf die zerstörte Brotkammer bzw. die Eingangstür zum Raum E750, der Brotstätte von Dr. Henry Wuhs kleinen Geheimnis. Brooklyn findet auf einem PC geheime Videoblogs, in dem Dr. Wu von seinen Arbeiten berichtet. Anschließend sehen wir den Brottank von E750 sowie ein Bild der Überwachungskamera dieses geheimen Raumes. Und jetzt wird es spannend. Direkt danach sehen wir Dr. Henry Wuh selbst, der offensichtlich in einer Art Livestream darüber berichtet, dass sein Nebenprojekt E750 extrem aggressiv ist. Im gleichen Augenblick des Videoberichts wird Dr. Wuh von etwas überrascht. Ich habe hier mal das passende Standbild aus dieser Szene herausgearbeitet und bei genauerem Hinsehen kann man die roten Augen von E750 erkennen, die wir bereits im Teaser gesehen haben. Aber wie kann Wuh über das Verhalten von E750 berichten, obwohl es gerade erst ausgebrochen ist? Rein theoretisch müsste Dr. Wuh die Insel doch schon längst verlassen haben. Bedeutet das wohl möglich, dass Wuh sich noch auf der Insel aufhält? Es bleibt spannend. Trotz der geheimnisvollen Spannung, die der Trailer für uns bereithält, werden auch romantische Jurassic Park Szenen wie diese Galimimus-Herde gezeigt. Hier ist auch Darius zu sehen, der offensichtlich weiterhin seine Beobachtung verfolgt und dokumentiert. In der nächsten Szene hat erstmals auch uns Velociraptor-Dame Blue wieder einen richtigen Auftritt in der Serie. Sie ist offensichtlich gerade etwas verärgert über die Anwesenheit von Kenji und Yasmina, die in einem G-Klasse-Mercedes unterwegs sind. Ich bin sehr gespannt, ob Blue in dieser Staffel eine größere Rolle spielt oder wieder nur am Rande der Serie gezeigt wird. Einen sehr imposanten Auftritt hat auf jeden Fall Yasmina, die ihre Sportlichkeit dazu nutzt, um in einem Sprint eine Bodensenke zu überspringen. Warum sie ganz allein nachts durch den Dschungel rennt, kann ich mir allerdings nicht so richtig erklären. Vielleicht nutzen die Kids ihre Sportlichkeit für einen Ablängungsmanöver? Das zeigt uns außerdem, dass in der Chronologie von Jurassic World Neue Abenteuer schon einiges an Zeit vergangen ist, denn in der letzten Staffel war Yasmina noch am Bein verletzt. Auch bei den anderen Kids zeigen sich Veränderungen. So kann man sehen, dass bei Darius zum Beispiel die Haare allmählich länger werden und auch bei Brooklyn sieht man den Haaransatz, der ihre richtige Haarfarbe zum Vorschein bringt. In dieser Staffel spielen auch die Dimorphodon eine größere Rolle, da Brooklyn und Yasmina mit einem Fluggerät von einer Gruppe Dimorphodon verfolgt wird. Ich bin sehr gespannt, was der Grund für das Verhalten der Flugsaurier ist und wie Brooklyn und Yasmina diese im Endeffekt abhängen werden. Im letzten Teil des Trailers wird es wirklich düster, denn hier kommt der neue Antagonist E750 ins Spiel und tyrannisiert unsere sechs Teenager. Die Kids haben sich in ihre selbstgebaute Unterkunft zurückgezogen und warten auf das Unheil. Und das bringt mich nochmal dazu zu sagen, dass es sich hierbei immer noch um eine Serie handelt, die für Kinder gemacht ist und die ab sechs Jahren freigegeben ist. Ob das bei dieser Staffel immer noch der Fall sein wird, das ist mir ein Rätsel, denn diese Szenen haben es wirklich in sich und könnten durchaus aus einem Horrorfilm stammen. Trotzdem handelt es sich hierbei um eine wahrhaft spannende Szene, die richtig viele Jurassic Park Vibes mit sich bringt. Dunkelheit, Regen und das Ungeheuer schleicht sich an seine Opfer heran. Die Kids haben ihr Lager mit einem Elektrozaun gesichert. Wie genau sie das angestellt haben, bleibt mir jedoch ein Rätsel. Vielleicht haben sie ein Notstromaggregat angezapft oder einen Generator aufgestellt. Für mich ist diese Szene mit dem Auftreten von E750 definitiv das wahre Highlight der dritten Staffel. Wir können hier auch erste Blicke auf das Aussehen von E750 werfen. Ich bin ja der Meinung, dass es sich hierbei um eine Art Prototyp des Indoraptors handelt, der sein Auftreten später in Fallen Kingdom hat. Ich denke, dass Dr. Henry Wu mit diesem Tier seine ersten Gehversuche mit dieser lebenden Waffe unternimmt, die letztendlich im Indoraptor münden werden. Ich denke, dass diese neue Staffel eine ganze Menge neue Überraschungen für uns bereithält und ich bin echt gespannt, ob es den Kids mit ihren primitiven Waffen gelingen wird, E750 zu besiegen. Und wir dürfen nicht vergessen, sie haben immer noch den fast ausgewachsenen Bumpy, der bereits Toro besiegt hat. Wie dieses neue Ungetüm aussieht und ob es den Kids gelingt, den Kampf mit diesem zu gewinnen, das sehen wir ab dem 21. Mai auf Netflix. Ja, liebe Dino-Freunde, wenn ihr jetzt genauso aufgeregt und gespannt seid wie ich auf die neue Staffel, dann schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare und teilt mir gerne mal mit, was ihr von der neuen Staffel haltet. Haltet ihr das für überzogen noch einen weiteren Hybriden oder nicht? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Lasst uns gerne diskutieren. Wenn ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, dann abonniert am besten jetzt gleich den Kanal. So verpasst ihr kein Video mehr rund ums Thema Jurassic World und Dinosaurier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs, Toys & Merchandise. Tschüss!